Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende von Mionentor. Wie in der letzten Folge angekündigt werden die nächsten zwei Folgen nur mit Zeitquests verbunden sein. Und ich würde mal sagen, wir fangen doch direkt mal an mit der ersten Aufgabe. Suche den Schlüssel von Lorenzo. Mein Name ist Lorenzo, mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Der Schlüssel muss irgendwo in Rolingen sein. Könnte ihn jemand für mich suchen? Ich warte vor dem letzten Haus in Ostend. Du möchtest also den Auftrag von Lorenzo übernehmen? Ja. Also dann gib dir Mühe. Ich versuche mein Bestes. Sieht doch so aus, was kann ich da mit Yoshi wieder rüberfliegen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich muss näher am Rand. Komm ich da wirklich nicht drüber? Das sieht mir halt gar nicht so anders weit aus wie bei den anderen Strecken. Na, kommt man doch rüber. Ich habe mich noch blöd angestellt. Ist hier irgendwas? Tatsache. Ein Sternensplataum. Da kommen wir auch wieder hoch. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Dann einmal hier hoch. Hier ist nichts. Hier auch nichts. Aber hier ist noch ein Sternensplataum. Oh, da hinten ist noch ein. Ich sieht mir. Der Sonne. Haben wir nicht sogar wieder drei? Tatsache. Wir können also schon mal ein Gegner wieder hochwerfen. Ein Partner, meinte ich. Ist hier noch irgendwas? Nö. Sag ein Grüß. Ich bin Truppador. Walter Hof. Walter von. Oder so. Jeden Tag sind sie hier oben und erzählen Geschichten. Ich kenne die gesamte Legende der Stadt Rolingen. Wenn du willst, erzähle ich dir etwas. Allerdings kostet es dich schon ein paar Münzen. Möchtest du eine Zeit der Rolinger Legende hören, such dir einen aus. Komm, wir werden schon mal die erste. Der Teil über den furchtbaren Dämonen kostet die fünf Münzen. Vor langer, langer Zeit gab es hier eine prosperierende Stadt. Aber eines Tages wurde sie von einem Dämon aus der Welt der Finsternis zerstört. In den Büchern ist von einem schrecklichen Unglück die Rede. Aber dieses Unglück war in Wahrheit der besagte Dämon. Die Stadt versank und ein Teil von ihr wurde fortan als Palast des Dämons benutzt. Dieser Erzdämon versetzte die Menschheit in Angst und Schrecken. Er schickte Unterdämonen aus, um ihm die Herrschaft über die Welt zu sichern. Im Palast des Erzdämons müssen sich somit riesige Schätze befinden. Wenn du noch etwas anderes hören möchtest, lass es mich wissen. Ja, ich komme irgendwann wieder. Okay, hier ist schon mal nichts. Zumindest habe ich hier keinen Schlüssel gesehen. Oh, da fällt mir ein, wir haben jetzt genug Münzen. Da würde ich mal sagen, gehen wir doch einmal erstmal nach unten. Wie kommt man denn dazu? Ich bin gespannt, wie man da zur Truhe kommt. Bitte nicht spoilern. Ich glaube, ich habe eh mal einen Kommentar aus, aber ich will es trotzdem nicht wissen. Also, falls irgendwo in fährten Videos noch die Kommentarfunktion verfügbar ist, bitte nicht spoilern. So, hier, ich möchte gerne spenden. Und Mario, da bist du ja wieder. Eines Tages möchte ich auf einen Schlag reich werden. Wenn ich mein Öl finde, wird sich dieser Trauma füllen. Ich nehme Beteiligung ab 100 Münzen an. Hier, bitteschön. Oh, vielen Dank. Du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde Öl finden. Na, komm, nochmal. Ja, komm, bitteschön. Das ist so viel, dass du mir so viel Geld leistest. Damit schaffe ich es sicher. Ich werde Öl finden. Verlass dich auf mich. Okay, das reicht dann wohl auch schon. Gut, dann suche ich mir doch mal den Schlüssel. Der spontan oben links zu sehen ist. Okay. Dann weiß ich ja schon mal, wie ich da hinkomme. Dann können wir mal gucken, ob es im Ordensshop neue Orden gibt. Ein Haustürschlüssel. Wie mag er wohl gehören? Ja, ich denke mal so ranzukommen. Okay, wir haben Glück. HP. Geht dann nicht. Uh, 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 uh. Das nehme ich gerne mit. Apropos Ordenpunkte. Direkt anlegen. Ah, die VW kann auch gerne rein. Ich weiß nicht, ob ich HP+. Ich weiß nicht, ob ich HP+. Wie viel HP+, habe ich denn? 25. Lassen wir noch drin. Und mit dem nächsten Level abnehme ich Herzen. Dann nehme ich das raus. Und dann können wir die drei Punkte woanders einsetzen. Ich glaube, ich habe auch noch ein anderes Plus-Orden. Nein, habe ich nicht. Ich habe Schnellwechsel. Vorsprung an die VW. Doch, hier, Kraft plus. Brauchen wir sechs. Ja, dann... Ja. Dann lassen wir es noch für den nächsten Level ab. Dann nehme ich Tropfen. Ich habe jetzt den... ...den... ...orden... ...punkt... ...level... ...bam Level abrundern. Einmal besserer Angriff. Ja, bitteschön. Ich habe deinen Schlüssel. Du hast meinen Auftrag angenommen. Also dann geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Orden-Shop verloren. Ja, bitteschön. Ich habe den Schlüssel bereits gefunden. Und mein Schlüssel... ...endlich kann ich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Bitteschön, deine Belohnung. Dein Auftrag ist erledigt. Dann gehe ich auch mal hier mal rein. Und hier scheint nichts zu sein. Dann gehe ich mal wieder. So, der nächste Auftrag. Liefere Zeug. Alkobohne. Mein Name ist Alkobohne. Ich habe eine Lieferung zu überbringen. Leichter Job. Ich kann aus gewissen Gründen nicht in die Stadt gehen. Hol das Zeug also hier ab. Du findest mich am Bolinger Markt. Hinter dem Haus von... ...Wastelet. Ja, ich möchte den Auftrag gerne übernehmen. Also dann gebt ihr mir. Mache ich... ...Wier auf Side-Quest zu hören dazu. Ich weiß schon, welcher... ...Gumbo gemeint ist. Oder Goomba, besser gesagt. Den kennen wir ja schon. Den haben wir ja schon kennengelernt. Den guten... ...Bösen... ...Verstecker. Dude. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Mach mir also schnell. Übergib das hier... ...Gumbaniel. Du findest ihn vor dem Haus von Professor Gumbart. Und pass auf, dass sich niemand verfolgt. Ich werde aufpassen. Ich bin so leise wie er gerade... Lieferung! Haben wir Lieferung abzugeben? Hier ein Paket für dich. Ach, das Zeug. Das nehme ich dir ab. Ich werde dafür sorgen, dass es niemand findet. Sag das Algebohne. Und du... ...Du solltest die Sache hier besser schnell vergessen. Also vergiss nicht. Vergiss es. Geh und hol dir deine Belohnung von Algebohne. Du bist erst fertig, wenn du dem Auftragsgeber gesagt hast, dass alles erledigt ist. Auftraggeber, nicht Auftragsgeber. Du Idiot. Heutzutage finden sie jeden für Aufträge zu erledigen. Oh. Sorry. Sorry, 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 sorry. Oh, wow. Hm. Hast du es übergeben? Puh. Dann ist mein Kopf aus der Schlinge. Ach ja, deine Belohnung. Mein Kopf lasse ich mir schon was kosten. Da bitte. Dass man dafür immer Geld kriegt, ist auch ganz gut. Vor allem, weil ich ja gerade so viel ausgegeben habe. Ich würde mal sagen, wir machen die Hälfte. Ich würde mal sagen, wir machen die Hälfte. Natürlich kann ich nicht selbst zur Konkurrenz gehen, um mich zu informieren. Ich möchte wissen, wie viel Feuerblume, Schäfchen und Sauer Tonic hier kosten. Du findest mich direkt vor dem Gebäude. Jetzt sieht man hier auch die Quest, die man aufgenommen hat. Notizen. Ach, da. Ähm. Feuerblume, Schäfchen und Sauerstronic. Feuerblume. Schäfchen, Sauerstronic. So, dann schauen wir nochmal. Äh, 8, 10, 3. 13, 8. 13, 8. 13, 8. Bist du buff? Er hat gesagt, er wartet vor dem Laden. Bist du buff? Nein. Dann bist du buff, der Hündchen. Du bist aber nicht vom Laden. Hast du nicht einen Job für mich? Warte, nochmal durchlesen. 13, 8, 13, 8. Du findest mich direkt vor diesem Gebäude. Oh. Ich hab's auf dem falschen Gebäude bezogen. Und hast du die Preise in Erfahrung gebracht? Ja. Na dann, sag sie mir. Also, was kostet eine Feuerblume? 10 Münzen. Ja, 90 Münzen. Hm, na gut. Und was kostet das Schäfchen? 8 Münzen. Okay, das ist dann einfach. 3 Münzen. Unglaublich. Ist ja kaum zu unterbieten, dass die das so billig verkaufen können. Hm. So richtig lohnt sich das nicht, hier einen Laden aufzumachen. Das war sehr informativ. Hier ist deine Belohnung. So, da die nächste Quest. Die Nummer 4. Fang den Kerl. Hallo, mein Name ist Gumbo. Bring mir den Kerl, der mich bei Kartenspiel betrogen hat. Du findest mich auf der Roling am Markt. Sprich mich einfach an. Okay, mit dem haben wir ja gerade gesprochen. Oh, hallo, du hast den Auftrag übernommen? Also hör zu. Der Bandit Ganowu hat mich beim Kartenspiel um viel Geld geprellt. Ich will mich bei ihm rächen, aber der Kerl entwischt mir immer zu. Er muss irgendwo hier in Rolingem versteckt halten. Finde ihn also. Der Bandit erkennst du an ihrer Markierung und dem blauen oder grünen Umhang. Es gibt einige in Rolingem, die hier flüchtet sofort, wenn du ihn ansprichst. Du wirst reich belohnt, also finde ihn. Oh, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Den haben wir ja in der letzten Folge kennengelernt. Mit dem blauen Umhang. Der sich versteckt hat. Hm, was willst du? Du hast ja nichts zu suchen. Verschwinde also. Was? Ich soll das Geld zurückgeben? Bist du etwa der Schuldeneintreiber? Verdammt, dass du mich hier gefunden hast. Toll, wovor steckt er sich denn jetzt? Ich dachte, du hieß mir bei der Quest. Hier ist er nicht. Versteckt er sich zufällig hier? Mit seinem Kollegen? Nein. Er kann sich halt jetzt überall verstecken. Gehen wir erstmal an den Hafen. Oh, der Schuldeneintreiber, ganz schön aufdringlich. Fange ich doch. Nee. Komm her schon. Er ist ja vielleicht jetzt dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich bald bei seinem Kollegen ist. Der hat ja auch Geld gestohlen. Oh, der Schuldeneintreiber. Verdammt, aufdringlicher Kerl. Aber auch ich bin der Mann. Also bitte tu, was immer du tun musst. Ohoho, du hast ihn erwischt. Hier deine Belohnung. Na gut, von meinem Geld ist eh nichts mehr da, oder? Dafür mache ich dich fertig. Und der Typ wurde nie wieder gesehen. Kommt der immer noch hier rum? Ich suche die Salon, der mich neulich bei Katsch bin betrogen hat. Wolltest du schon wieder betrogen? Wir haben ihn doch gerade erst gefangen. Oder ist er einfach nur wieder random hinter der Zaun hier? Tatsache. Ziemlich originelles Spiel. Ziemlich originell. Ich habe aufgehört, zu zählen, welche Quest es war. Wir haben 17 Minuten, nicht nur mal zwei. Kicken wir doch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also brauchen wir noch drei Quest. Schlag mich, Marcelo. Ich bin Marcelo. Du musst mir helfen, mich an etwas zu erinnern. Du findest mich am Rolinger Markt, direkt vor dem Laden. Ja, bitte. Also dann gebt ihr Mühe. Mache ich. Wir haben es schon 18 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich das mit sieben Quests schaffe. Danke, dass du meinen Auftrag übernommen hast. Neulich habe ich von einem enormen, profitablen Geschäft gehört. Aber leider habe ich komplett vergessen, warum es dabei ging. Ich dachte, eine Schocktherapie würde mein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Schlag mich also bitte mit deinem Hammer, bis ich mich wieder erinnere. Aber wenn du mich weiter steckst, obwohl ich mich erinnere, vergiss ich es wieder. Hilf mir bitte. Nuss Drücke B Ich weiß nicht. 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 Ich hab's. Jetzt weiß ich es wieder. Wenn ich am Rolinger Laden Schäfchen kaufe und sie im Blütenweiler verkaufe, verdiene ich dann jeden einzelnen zwei Münzen. Hehe. Zum Dank. Höre meinen Rat. Übertreibe es nicht. Frust auslassen. Geil. Okay, doch. Zwei Quests schaffen wir noch. Wenn die genauso sind wie die. Habe Hunger, Bombosk. Ich bin Bombosk und möchte dich bitten, etwas für mich einzukaufen. Komm schnell, ich habe solchen Hunger. Du findest mich in Rolinger Hafen. Nur, dass da viele Bonbons sind. Und ich habe eh genug Essen dabei. Also von daher. Easy peasy. Ich bin Biss. Ich bin Biss. Die Leute hier wirken alle so beschäftigt. Wenn Schiffe anlegen, wird auch die Fracht gelöscht. Dann ist hier alles voll. Spürst du die salzige Luft? Hier merkt man so richtig, dass Wohlingen am Meer liegt. Oder bist du es? Ach du übernimmst den Auftrag? Also meine Liebste hat mir eine Lunchbox gebracht, aber sie war leer. Ich bin schon ganz schwach vor Hunger. Bring mir etwas zu essen. Und ich bin nicht wählerisch. Aufsache essbar. Bitte mach schnell. Hier, nimm Mordok. Oh sieht das lecker aus? Jetzt geht es mir besser. Bitte deine Belohnung. Also danke nochmals. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt wirklich 21 Minuten voll. Und ich habe gesehen, die nächste ist eine Suchquest, deswegen würde ich mal sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tüdelü.